Willkommen am letzten Turniertag der EFC-Qualifikation aus Warnika. Wir haben heute zu Gast Peter Galath von den Red Devils Wernigerode und sprechen mit ihm nach dem letzten Gruppenspiel einer 9 zu 12 Niederlage für die Red Devils gegen den russischen Meister von Nauka. Peter, wie kannst du das Spiel zusammenfassen und was nimmst du aus dem Spiel mit an Erfahrung? Das Spiel kann man prinzipiell so zusammenfassen, dass man eigentlich ein Spiel mit 9 Toren gewinnen muss, aber halt mit 12 Toren verliert. Ich bin sehr zufrieden mit meiner Mannschaft, die hat gegen ein extrem physisch starkes Team aus Russland spielerisch dagegen gehalten. Vielleicht hat nachher doch die fehlende dritte Reihe gefehlt. Wir hätten auch nicht gedacht, dass das russische Team aus Nauka nach diesem gestrigen harten Spiel gegen den slowakischen Vertretern noch so gut auf dem Bein ist. Aber es ist unglaublich, wie die laufen, wie physisch sie sind. Wenn man dann einfach einmal nicht aufpasst oder zwei-, dreimal nicht aufpasst, dann klingelt das. Das Kompliment geht eigentlich in die Richtung bei meiner Mannschaft, dass wir nach dem Rückstand immer wieder gekommen sind. Wir haben das russische Team bis zum Schluss gefordert. Zwischenzeitlich, am Anfang habt ihr 2 Uhr hinten gelegen, ihr habt zwischenzeitlich 5-2 geführt. Was hat dazu geführt, dass man das wieder aus der Hand gegeben hat? Ja, weil das russische Team ganz einfach sagt, wir legen wieder eine Schippe drauf. Wir haben ja innerhalb von 40 Sekunden das 3-2 dann gemacht. Sie waren da erschrocken, aber sie haben sich dann gefangen und dann fangen sie an, natürlich noch mehr zu laufen und noch schneller zu laufen. Und wenn wir dann nicht noch schneller spielen, als wir das schon können, dann geht man das wieder aus der Hand. Seht ihr eure Zielstellung für dieses Turnier erfüllt, bzw. wo wolltet ihr hin? Wir wollten, also ich hatte es im Vorfeld schon eigentlich so, ja, ich hatte es im Vorfeld schon so gesehen, dass das weißrussische Team, dass wir das schlagen müssen, dass wir uns, ich sah uns eigentlich mit den ungarischen Team auf Augenhöhe, obwohl wir, wir waren dort viel besser, hatten sie dominiert. Und ich wusste, dass gegen Trenzin und gegen Nauka, dass das die stärksten Gegner sind. Wir wollten dort mithalten, wir wollten diese Teams ärgern, das haben wir gemacht. Also Nauka und auch Trenzin mussten bis zur letzten Sekunde gegen uns alles geben, um zu gewinnen. Ja, seht ihr euch jetzt nach diesem Turnier und nach dieser, ja, doch sehr physischen Belastung gegenüber der Bundesliga gut vorbereitet für die nächste Saison? Interessant wird natürlich, also man muss, das beste Beispiel war das Spiel gegen Trenzin. Wir brauchten 40 Minuten, um dieses Spiel hier anzunehmen. Ich hoffe nicht, dass wir jetzt in den nächsten Bundesliga-Spielers wieder brauchen, um wieder, sagen wir mal, softer zu spielen. Also, momentan stelle ich mal die Frage, was ist Floorball? Ist es so wie in der Bundesliga, wo wir uns nicht anfassen dürfen? Oder manchmal wird das so wie hier, Männersport, wo Körperkontakt einfach erlaubt ist? So, dann werden wir sehen. Ich sehe uns aber gut vorbereitet. Dann ist jetzt nur noch die Frage, kann man zu diesem dritten Platz gratulieren? Die Medaille hast du um oder eher nicht? Ja, da kann man gratulieren. Doch, ich bin so zufrieden. Dann machen wir das und gratulieren zum dritten Platz. Ja, und wünschen viel Erfolg dann beim Saisonstart in wenigen Wochen. Dankeschön. Dankeschön.